so damit hallo und herzlich willkommen zurück wir brauchen sand vorteil ist wir haben jede menge vor der haustür ja also das ist echt ein riesen vorteil wenn man dann was braucht hat man es gleich da so was finde ich gut mag ich keine langen wiege das kann zügig erledigt werden genauso mag ich das ein bisschen wegnehmen dann kann man gleich loslegen haben wir noch mitnehmen okay so muss es passen ich weiß nicht mehr wie man das gemacht hat ehrlich gesagt also ich weiß schon wie wir das hier machen aber ich weiß nicht mehr wie das ging ach so okay ganz einfach so easy na dann cool ich habe das andere aus slabs gemacht ja ich glaube das finde ich vollkommen ausreichend und sieht auch noch ganz gut aus dazu hübsches hauschen ich habe jetzt gerade etwas überlegt verdammt herrwegen der der fahr mit dem kürbis ne da bin ich schon so ein bisschen muss ich sagen ja wir haben es fast geschafft eins fehlt noch wegnehmen ok sehr gut wegnehmen dann nehme ich das hier rein ja das sieht okay aus denke ich mal hier oben können wir ja wirklich treppen nehmen oder einfach nur slabs ja gut wenn ich jetzt die treppen nehme reicht ja dann machen wir diese slabs dahin und dann sieht das echt ganz vernünftig aus sieht jetzt schon ganz gut aus hier ne damit das hat was so ich nehme das hier noch weg so schneller bisher geht es gut ich brauche immer nicht das holz verdammte axt hoffentlich ist nachher genug ja sieht gut aus naja ist ja praktisch nur da ne genau ich muss einen baum abholzen ich brauche auf jeden fall jetzt genügend setz dinge damit wir den baum ruhig wieder hin platzern können wobei ich glaube wir haben noch welche im haus oder kann das sein schwierig bin ich ganz sicher ehrlich gesagt nein verdammt alles mitnehmen vorsichtig okay das sind nur nur in anführungszeichen zwei ne da kommen schon ein paar mehr müssen da noch droppen oder yes die oma schon mal vier gesehen sehr schön habe ich noch nicht dabei wie immer nichts ist da wenn man es braucht ne schrecklich warum ist das jetzt mal so tja wer weiß wo ist man so schön mit dem kopf gegen den Türrahmen gelascht nicht so schön so genau wo neppich neft ups ups doch mehr steiner als man dachte oder eigentlich eigentlich eher weniger steiner als man dachte dachte ja ich hätte mir deutlich mehr gerechnet für diese eine Bahn einheit ne krass in der mitte machen wir was helles sehen vielleicht die schafswolle oder so können wir ja färben in irgendeiner coolen Farbe ja das bedeutet färben richtig okay ja ja nun denn ich verabschiede mich aber trotzdem erstmal für heute wir sehen uns ja beim nächsten mal wieder also bis dahin euer dann ist das sogar ja